Ich sehe nichts. Ja, okay. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Da hat anscheinend jemand verloren. Hat sie ihm die Beine weggefetzt? Oder was ist das? Ei, ei, ei. Oh. Mann, Mann, Mann. So, jetzt haben wir es geschafft. Tribe Warrior. So, nehmen wir alles. Nehmen wir, nehmen wir. Ach, alles voll. Gut. Heilung. Gut, bin ich auch voll. Was erwartet uns hier? Ach, ist das nicht... Das ist doch hier der Raum, wo der... Uiuiui, der ist draußen. Kann ich das hier aufmachen? Oder anmachen? Oder eher ausmachen? Gut. Licht. Okay, ist das halt. Wir gehen jetzt mal hier lang. Und hoffen, dass hier keiner ist. Nein. Okay, Heilung. Gleich kommt er um die Ecke. Wo ist denn der lang? Ich glaube, da lang. Hi. Hey, hey, hey. Schlag zu. Was? Was? Wie viel hat der denn mir abgezogen? Schlag zu. Schlag zu. Wieso habe ich überhaupt eine Waffe? Ich kann doch mit Fäusten viel besser kämpfen. Komm, Schlag zu. Gib es ihm. Oder war ich... Jetzt. Ja. Und? Nein, 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 nein. Oh, verdammt, verdammt. Jetzt, 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 jetzt. Oh, in Zeitlupe sogar. Ho, ho, ho. Episch, episch. Mann, war das knapp. Heil dich. Komm, 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 komm. Und so. Ist hier nichts. Wenn ich die Tür schließe, ist dahinter was? Nein. So, ich schmeiße jetzt die Waffe jetzt weg. Hallo? Hallo? Nein. Like rats in a maze. Was willst du uns damit sagen? Ah, hier haben wir wieder Gier. Was ist hier? Wirst du lesen. Ein Pfeil. Also, wenn ein Pfeil schon dahin zeigt, dann gehen wir erst recht nicht da durch. Aber vielleicht will das Jigsaw ja. Und, oh mein Gott. Wir machen jetzt erstmal das hier aus. Ah, jetzt ist das an. Denke ich richtig oder denke ich falsch? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Wir machen nicht das, was Jigsaw uns vorgibt. Aber jetzt muss ich ja da lang. Gut, gehen wir. Hallo? 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 Jetzt haben wir es oben ausgemacht. Gut. Was ist jetzt? Ach so, ja, jetzt. Also, was ist doch richtig? Jetzt machen wir das hier an. Und da geht es aus. Und wir gehen jetzt. Ja, da können wir nicht durch. Das tut weh. Komm hier durch? Nein. Da? Nein. Hier. Ja. Was lies bin ich? What lies bin ich? What lies bin ich? Alles zu. Soll ich das runter oder? Nee, kann ich ja nur, oder? Ja. Ich kann da nur runter. So, ich hab... Hab ich da gerade noch... Oder war das meine? Ich dachte, ich hab da wieder jemanden drumlaufen gehört. Nein, nehmen wir nicht. Okay. Da waren jetzt aber zwei Durchgänge. links gucken, rechts gucken, rüber gehen. Da ist wieder so ein Baseball-Schläger. Den brauchen wir aber nicht. Ich find die Waffen irgendwie sinnlos. Äh. Türkontrolle. Jetzt schon oder erst mal gucken? Erst mal gucken, was es hier gab. Oder ist das nur der Rückweg? Ach, das ist nur der Rückweg. Okay. Türkontrolle. Ach, das war's. Ich dachte, es kommt ein Rätsel oder sowas. Na gut. Bo... Boiler-Room. Boah, Riesenratte. Äh, hier lang? Links? Psss. Psss. Oh, jetzt müssen wir im richtigen Moment rüber gehen. Oh, sowas mag ich nicht. Und jetzt, 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 jetzt. Einfach durchgehen, einfach durchgehen, einfach durchgehen. Oh, ich sterbe. Nein, ich hab's geschafft. Uh. Na, komm. So. Was gibt's hier? Nix. Oh. You have made it into the herd of the boiler. Puzzleteil. Das heißt, Rätsel. Wahrscheinlich wieder auf Zeit. Ach, komm, nicht auf Zeit. Komm. Na, wer bist du denn? Bernd das Brot. Er hat Bernd das Brot gefangen. Oh Gott, ist er blind? Get me out of this thing. Sollen wir ihm jetzt helfen, oder? Das ist wahrscheinlich Foster. Oh, 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 oh. Hey du, hey du. Zum Tod lachen ist das. Oh. Ist er jetzt unser Feind, oder? Muss ich hin? Muss man? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt, 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 jetzt. Muss ich das nochmal machen, das? Oh, Moment. Ich hab mich jetzt. Ah, ne, doch. Hier ist, hier ist richtig, oder? Doch, ja. Ach. Oh, jetzt muss ich das jedes Mal machen, wenn ich sterbe. Nicht gut. Und durch. Einfach durch. Oh, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich. Na, komm. Raus mit dir. Und recht zu ein. Na gut. So. Das Böse. Vielleicht muss ich ihn retten, ja? Vielleicht muss ich ihn beschützen, weil er es ja nicht sieht. Das machen wir jetzt auch weg. Oh, oh, er kommt. Er kommt. Und will mir wehtun. Nein, ich will dir doch helfen. Oder muss ich ihn umbringen? Ich verstehe es nicht. Umbringen oder nicht? Was ist denn hier drin? Ey, Freundchen. Ich dachte, du bist blind. Oder sieht der doch noch was? Anscheinend sieht der doch doch was. Wir bringen ihn jetzt einfach mal um. Komm. Renn hier rein. Oh. Oh, ich dachte schon. Ein Endboss. Ach, jetzt könnte ich ihm zuhauen. Jetzt ist er benebelt. Komm her. Renn da rein. Und jetzt geben wir es dir. Was ist das? Könnte ich jetzt einfach draufhauen? Oh, nein. Jetzt machen wir es hier. Und es klappt natürlich nicht, weil mein Controller nachzieht. Er reagiert nicht irgendwie. Nachzieht. Er reagiert nicht. Oh. Komm. Geh weg. Was? Habe ich nichts mehr? Scheiße. Nix. Ich brauche ein Band. Wie blöd bin ich denn eigentlich? Ja, ja. Lach du nur. Lach du nur. Na, ich glaube, wenn ich ihn beim ersten Mal auch schon ein bisschen so, also wenn er das erste Mal verwirrt ist, da habe ich ihn ja nicht angegriffen. Wenn ich das mache, dann ist er eigentlich auch schon tot. Ich bin nicht hier. Hilfe! Hilfe! Ah, wir haben es übersprungen. Sehr gut. Jetzt darf ich da nicht reinrennen. So. Und anmachen. Komm her. Komm her. Muss ich Geräusche machen? Hallo. Hier bin ich. Boom. Was? Was war das denn? Wo habe ich das denn her gezaubert? Au. Ey. Ich dachte, du bist... Komm her. Sehr gut. Oh, und renn weg. Und rein da mit dir. Rein da mit dir. Jawohl. So. Was hat er auf dem Kopf? Vale von Gear. Okay. Das müssen wir wahrscheinlich hier einsetzen. Wow. Ähm. Ja, einfach drehen, oder? Was? Ich kann rumgucken. Wofür das denn? Ähm. Nein. Hä? Wohin soll ich denn damit gucken? Mit dem... Ach so. Ah, ist doch der... Ist doch der linke Stick. Ach so, so ist das. Ah, okay. Jetzt macht es Sinn. Ja, das muss wahrscheinlich so. Das nicht. Nee, da muss es doch... Irgendwie... Jetzt die Frage, müssen alle irgendwie passen? Weil das geht ja nicht. Nee, das geht nicht. Da muss irgendwie... Ich glaube, das war richtig. Mhm. Mhm. Und? Ah, okay. Okay, okay. So. So. Nein. Der eine muss zum anderen führen. Fangen wir mal ganz außen an. Das muss ja irgendwie... Okay, das... Nein. Das hier könnte noch klappen. Ist da noch irgendwie noch eine Möglichkeit? Nein. Das auch nicht. Das. Nein, 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 nein. Die hatte ich ja eben schon. Also versuchen wir mal das hier. So. Weiter runter. Jetzt muss das da irgendwie passen. Ja, das passt doch. Und sonst machen wir... Nee, das passt gar nicht. Oder passt das? So. So sieht es richtiger aus. So. Wow. Und jetzt habe ich einen Überblick verloren. So, vielleicht. Nein. Oh. Solche kleinen Rätsel gibt es auch bei Assassin's Creed 3, aber die sind irgendwie einfacher. Oder ich stelle mich einfach polit an. Also ich schätze mal, gibt es da noch eine Möglichkeit? Nein. Nein. Ja. Das könnte noch gehen. Hatte ich das nicht eben? Nein. So. Ach, wie mache ich das denn? So. Scheibengleister. Ich kriege es nicht hin. Na, ich kriege es nicht hin. Na, ich denke mal, wir machen das im nächsten Part. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause und... Mal schauen, ob das jetzt wirklich besser war, wie ich jetzt aufnehme. Und... Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao. Euer Holly. Ich mache mich presidency. Aber. Ich mache jetzt mal wieder.